Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist natürlich wieder euer Memento Mori, wie ihr seht, mit Destiny, und zwar einer neuen Mission, und zwar die Level 11 Story. Entviere die Geheimnisse der Vex, indem du eine alte Forschungsstation der Ishtar Kollektiv reaktivierst. Ja, das machen wir mal, aber wir gehen hier auf Level 20, denn ich will meinen Level 20er etwas nach vorne bringen. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich etwas schwerer für mich, aber man lebt nur einmal, vor allem in Destiny. Hashtag YOLO, keine Ahnung, viel Spaß bei der Video-Einlage in Einführungszeichen. Köpfe werden rollen. Okay. Okay, es gibt eine starke Wechsel-Natur an der Küste. Erledigen wir das Ding und bringen seinen Geisteskern zu einem der alten Labore der Akademie. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Falsche, falsche Richtung. Ja, ich kann das nicht wissen, ne? Ja, Leute, mal im Ernst zu euch. Also, die Story ist wirklich flach und ich wollte einfach mal durch die Runde fragen. Wollt ihr die Story fertig sehen oder begnügt ihr euch mit PvP? Also, ich würde da gerne die Meinung von euch wissen. Natürlich in den kommenden... Oh, kommend, kommend... Nein, nein, wir schießen alles weg hier, ne? Ja, schreibt es in die Kommentare. Ah, die sind ja Akku hier, ne? Schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr das weitersehen wollt, die Story, oder ob es euch sowieso nicht anspricht. Also, ich habe schon durchgespielt, also so viel mehr Story bekommt hier eh keiner, ne? Optional könnte ich von diesem Spiel zum Beispiel PvP zeigen oder auch Raids, je nachdem, ob ich ein Spiel habe. Und ja, tobt euch aus in der Kommentarbox. Ja, trotzdem sehr ein stimmiges... Oh, ich verrät mich sogar etwas. Ein sehr stimmiges Spiel, wo ich wirklich Spaß habe. Boah, bam! Bam! Hä, hä? Schad! Ja, ich spiele es gerne, ich kann es nur jedem empfehlen, trotzdem. Ist ein cooles Spiel. Oh, da war irgendwo jemand. Da war, ja, genau. Oh, unsichtbare. Da war nur einer. Ja, Revolver habe ich. Gefällt mir ziemlich gut eigentlich, der Revolver. Aber er hat noch ziemlich wenige Kugeln. Das muss ich natürlich... Wo ist denn sein Kopf? Hier ist er. Oh, hinter mir war irgendwo was. Ma, komm! Jetzt aber! Haha! Guck nicht so, ich habe mich... Oh! Ah, ihr seid schon taffe Mädchen, ne? Oh, ja. Jetzt seht ihr, glaube ich, gleich meine Super. Boah! Boah! Jawohl, das ist geil. Direkt vor uns. Eine extrem starke Wechselnatur. Wum! Das macht ziemlich, ziemlich, ziemlich Spaß, der... Elite von ihm, quasi. Der Spezialangriff. Da frisst meine Granate. Ich hoffe, ich habe irgendwen getroffen. Jo! Ah, muss ich dich umbringen, oder was? Okay. Ja, 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 ja. Du spielst dich eben im Feuer, ne? Und du auch. Kopflose Kreatur. Wart, wart. Jetzt ist er kopflos. Und tot. Ja, ich spiele gerade alleine. Das macht die Sache natürlich nicht leichter. Ah, da. Nehmt. Boom! Nee. Ja, das ist blöd, ne? Also, eine schwere... Eine schwere Munition wäre jetzt natürlich ein Vorteil. Ja, komm, stirb du, Drecksging du. Warte mal. So, geht ja. Lass mich doch nicht verarschen von denen. Was? Okay. Sie sind abgehauen. Fixed Geisterker. Faszinierend. Auf zu dieser Forschungsstation. Ja, und das geschwind natürlich mit unserem... Mop-mop-mop-mop-mop-mop-mop-mop. Jawohl, weiter geht's. Ihre Geisteskerne sind biologisch. Es gibt aber keine Verbindung zu uns bekannten Lebensformen. Ich bin gespannt, was man über sie weiß. Ja, ich weiß es schon. Ihr wisst es nicht. Ich kann jetzt euch hier alles spoilern, wenn ich will. So, einmal querfüllein. Ruinen sind älter als die Menschheit, und zwar ein paar Milliarden Jahre. Und überall treiben sich Wechsel rum. Das ist schon ein ganz großes Stück, ne? Wohin? 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 Boom! Ja, vor kurzem ging auch das Aufnehmen von Destiny nicht, dass es immer Disconnects gab. Was natürlich ärgerlich war. Es war von Bungie aus, also es war nicht irgendwie mein Problem oder so. Also es wurde zu meinem Problem, sagen wir so. Fuck! Was? Alter Falter! Ich treffe ja gar nichts hier. Ja, wie ihr seht, sie sind alle Level 20 jetzt. Oh! Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt läufst du, ne? So, wer schießt denn hier? Wie ein Irrer. Na, wo, wo? Da, ich hab dich gesehen, ganz genau, ganz genau hab ich dich gesehen. Oh, noch keiner. Dich hab ich auch gesehen. Und das Auge-Memento sieht alles. Oh! Jawohl, sag ich ja. Stirb, du Bastard hier! Oh je, 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 wo sind die nächsten Gegner? Bumm! Und! Ah, weggefistet! Ah, weggefistet! Wie so manche, in so manchen Filmen, ne? Okay. Das, das ist... Komm, spielst du das Spiel etwas nicht? Hat, ist dein ganzes Aiming weg. Wer... Pah, komm! Wer wollte mich küssen hier, ohne Witz. Hey, der hat gesessen hier. Was gibt's doch nicht? Oh ja. Ja, ich muss trotzdem etwas aufpassen hier. Quatsch! Du solltest tot sein. Genauso wie du. Na? War's das? Oh, schwere Munition, die nehm ich natürlich gerne. Oh, da schießt jemand. Oh! Ah, das... Fresst das hier. Ich schenke euch jetzt sowas von ein hier. Bamm! Sag ich ja. Oh, ne Zweiten. Gute Arbeit. Danke. Muss es irgendwo eine Zentraleinheit geben? Da ist eine. Mal sehen, ob ich sie zum Laufen kriege. Mal sehen, ob ich sie zum Laufen kriege. So. Ja, mir fehlen noch einige... Einige. Einige. Ja, einige. Ah, Skillpunkte, dass ich zum Beispiel teleportieren kann und den ganzen Scheiß, ne? Brauche ich natürlich auch. Ein Must-Have. So, Geist reinstecken. Nimm ihn dir. Tiger. Sie funktioniert noch. Gleich wissen wir, was ich hier entdeckt habe. Wex, sie kommen. Wex, sie kommen. Tacos für alle. Tacos für alle. Ah, komm. Tacos für alle. Weg. Wex, überall die Wex hier. Die Wex, hau ich weg. So sieht's aus im Schneckenhaus. Ja, könnt ihr ruhig raufkommen da. Sag ich ja. Ha, 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 ha. Ja, ist das nett. Ja, bei denen ist es halt wirklich blöd. Da du ihnen genau auf den Bauch schießen musst, ne? Obwohl ihre Köpfe so einladend sind. Weg. 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 Der Nächster, bitte. Der Nächster, bitte. Für dich. Weg. Ist ja gelacht hier, ne? So war's das? Millionen von Einheiten teilen sich einen Verstand. Darum reagieren sie so schnell. Oh, oh, neue Wex. Fuck. Ja, ha, nicht mit mir, nicht mit mir, nicht mit mir, nicht mit mir. Wo sind die Nächsten? Ah, die sind so blöd hier. Er soll herkommen. Ich lauf doch denen jetzt nicht nach. Oh, vielleicht doch. Wo ist das? Oh, 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 oh. Oh, Mist. Mist. Gute Arbeit! Ich gebe dir gleich eine gute Arbeit. Muss ich jetzt alles wieder clearn, oder was? Ja, wie ihr seht, ich bin Profi-Spieler. Mir macht das nichts aus, wenn ich verliere. Ich verliere natürlich gerne. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, wie es nicht geht. So, rein wieder mit dir. Sie funktioniert noch. Gleich wissen wir, was ich hier entdeckt habe. Party hard! Weg, sie kommen! Party hard! Party hard! Weg geht's, Wirbel hier! Weg geht's, Wirbeltier! Oh! Jetzt aber! Weg mit euch! Nein! Weg mit euch! Kopflose Kreatur! Haar-lose Kreatur! Weg! 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 Ja! Was ist?! Weg mit euch! Hey, Alter Falter! Ja, meine Klasse hält natürlich nicht viel aus, ne? Also ich spiele in Jäger. Was ist mit denen hier? ist ja eine knappe geschichte hier ja das ist der grund warum ihr sterben ist so super bereit schafft meine granate soweit das sind ja die sind gelb ne die halten ordentlich viel aus einmal etwas minimieren hier was ist mit dir und fersengeld so wieder etwas voller wo ist der so kleine drecksache so jetzt aber nicht mit mir meine freunde nicht mit mir bei rohan weil ich gar nicht ganze systeme war noch mehr bums jetzt könnte es aber schon was das sind so viele hier was machst du hier du hast nicht eingeladen du auch nicht alter falter ich muss kurz mal etwas fersengeld weg weg boah das ist knapp boah alter falter die sind aggressiv ne so ich schieße euch hier den verdammten fuß ab ihr penner weg weg Ja, zum Glück ist der Jäger ziemlich flink, ne? Also er ist ziemlich schnell hier. Alter, falter hier! Jetzt reicht's aber schon hier. Hey, ich muss wirklich... ...fersengelb geben hier. Ah, da kopflose Kreatur da. So. Ah, komm, die schenken mir ein hier. Das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal, oder? Ist das normal? Nee, oder? So, da will ich rauf. Oh! Da will ich ihn eh drauf. Da will ich... Da will ich ihn eh drauf. Hey, das sind solche... ...drecks... ...Wichser hier. Oh ja. Oh ja. Ja, oh, da ist noch ein zweiter. Hey, die hauen hier ordentlich rein, ne? Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Ich stirb' ja nur ich, du. Arsch, du. Oh, geschafft. Ja? Jeder Dax ist Teil eines riesigen Netzwerks, das sich über den ganzen Planeten erstreckt. Wenn es mir gelingt, in ihr System einzudringen, können wir einen Torlord hervorlocken. Ja, Leute, schreibt bitte in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob ihr vielleicht mehr PvP oder Raids sehen wollt und wir einfach auf die komplette Story scheißen, die sowieso nicht vorhanden ist. Schreibt es einfach in die Kommentare, würde mich freuen, natürlich. Es liegt an euch, wie es mit dem Projekt natürlich weitergeht. So, Statistik unter 30 Kills, nur 29 präzise, das war auch schon mal besser. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge. Euer Memento Mori. Ciao, ciao.